port us Los gehts. Geht los Adrian. 6, 5, Tschüss. Zero. So, allesamt nochmal. Geht los Adrian. Geht los. Bester Ausblick. Das geht gleich erst richtig los, ne? Jetzt ist das Feuerwerk. Oha! Da hinten haben wir übrigens geparkt. Guck mal, der Mitarbeiter da hinten liegt. Hinten auch vor dem Ding. Du musst mal runtergucken. Ja, ich guck jetzt. Da rechts! Auf den Tisch! Hang auf! Wuuuhuu! Waaaah! Aaaaaaahhh! Alles klar, los, einfach mal! Richtungswechsel! Papa! Wo ist er denn? Da unten ist er verpackt! Ich hab ihn nicht gehört! Ich hab ihn nicht gehört! Ich hab ihn nicht gehört! Ey, will sie verarschen? Will sie verarschen? Will sie verarschen? Ist doch ja! Olyks! 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 So stark wie ein Tiger und so groß Groß wie eine Giraffe! Oh! Oh! Heute ist so einer! Wo ist denn denn? Oh nein! Weil die Fahrt zu Ende ist! Aber wir müssen jetzt oben fahren! Oh! Jaaa! Machen wir mal eine Runde! Da geht noch was! Hey! Wienade! Wienade! Oh! Oh! So sacht! Oh! Ich weiß zwar immer noch nicht wo wie jemand steht! Hä? Jetzt gibt es noch eine Ausstrichsrunde! Wo ist der denn? Der sitzt doch da! Ach da! Sagt er doch gleich! Ach hier steht übrigens ein Riesenrad Leute! Oh! Das habe ich gesehen! Und da hinten ist das Feuerwerk! Da! Auf dieser Insel! Das sieht man jetzt schlecht weil das Riesenrad da! Ja! Das ist schade! Da unten ist live Musik! Oh! Das ist meine Hand! Das ist ja auch quasi hinter uns! Da wo der Nebel hoch kommt da hinten da steht der Breaker und der Autoscooter! Ja! Dahinter der Brücke die man da sieht! Ich sehe sogar die Autobahn! Das sieht lustig aus mit dem Riesenrad! Wir sind nämlich höher! Das ist so emotional! Guck mal da ist das Krankenhaus für die Besoffenen! Das ist krank! Das ist krank! Oder die, die sich am Boxautomaten eine Pflanzrunde zu sehen! Eben! Gibt es hier überhaupt Boxautomaten? Ja! Hier ist das Riesenrad übrigens! Ich darf ganz so ganz mal! Marius! Ja! 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 So! Neue Runde los! So! Weiss haben wir denn! Rein in die Maschine! Jetzt auch mitmachen wir denn! Hopp hopp! Wir haben alle an der Crew gekriegt Es ist sehr viel schön zu spät Schalz der Reise, du ja, du leidest Wir haben alle in Schlaufe Ich hab gesagt, babe, man ist noch mal hoch, never hoch